So, das Volk, das Maumann, das was du nämlich gesagt hast mit dem, mit dem, ähm, die grandiose Idee von mir, Unsichtbarkeit, äh, das probieren wir jetzt einfach mal aus, dafür müssen wir kurz mit Botania anfangen, ja, ich muss kurz hier eine UAC prompt bestätigen, ich sehe gerade nichts, ah, eieiei, ach, was passiert hier gerade, äh, und off the forest, so, wir brauchen den, ich weiß ehrlich nicht, was hier passiert, den brauchen wir, den brauchen wir, da kommt war rein, ähm, keine Reservoir mehr hier, egal, äh, ähm, oh, fuck, Botania anfangen war jetzt so, ne gute Idee, war jetzt so, schnell gesagt, ähm, haben wir das, wem doch, ähm, sechzehnmal das Lexica Botanica, zweimal gelb, einmal orange, einmal blau, ich brauche noch diesen Dings da dringendor, ich brauche noch diesen Dings da dringendor, wir haben ja für keine Blumen, ach, fuck, das kriegen wir hier, heute ist der große Tag, da unten seh ich's schon, orange, 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 viermal, blau, das ist biomes aplenty, das brauche ich nicht, das ist blau, ich werde jetzt Andreas klonen, was? was? nein, werde ich nicht, Andreas ist unersetzlich, also keine Sorgen, Andreas ist unersetzlich, die Würde des Menschen ist unantastbar, scheiße, jetzt komme ich ja an mit Cyan oder was, ich brauche Light Blue, bin ich eigentlich deppert, ja, wahrscheinlich doch, ja, na, wieder Mob Essenz, ja, hallo, wo Light Blue, so, das funktioniert hier, ähm, I want frei, jo nice wie oh nein meine fluid drives sind alle voll es ist blau ich hatte euch schon den ganzen tag im ohrwurm du wirst danach die nicht dieses gesungen habe auch wieder ein haben ppap danke das meinte ich aber gar nicht soll ich anfangen ich habe angst ich fange jetzt an hallo hat auf amerika nachher ist ein miese ohrwurm der ist richtig fies ja der ist das muss man eben ein auto umparken so deins gefunden hast ich habe nämlich meins versteckt er hat sich in seiner der fahre ist da habe ich ja gerade gefunden dann überlegt soll ich das jetzt umparken fahr mal so ich brauche ich brauche gelbe blumen die präsentalein die ähm scheiße ich gehe gerade ohne bargeld zum tanken hast du einen atm machine bei dir ssadly is out of service and them at the backstatt at the moment and sadly we cannot um offer you paying with uh well we want to offer you card payment but actually we cannot because of the mystical yellow flower ich schenke dir ein atm machine ähm ich bin nämlich der ähm rich guy der treiber von der bank of tss8 China the bank of technical acid China die ts bank die tsb die tsb die tsb ne und wir haben über tausend tausend Geldautomaten weißt du was du auch bist welch du bist uch man sie aus außen nach uch 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 er uch äh, per Drehaktion wo ich mal eben hier ein paar gelbe Blümelein mir hier sammel und wir dann ein paar weitere Blümelein damit craften, dass das hier so eine fucking fucking Daily Mission ist kann man irgendwie sich Geld wechseln lassen? Geldwäsche ich brauch okay kann man, meine ich, ja ah, ich wollte mir 1000 Coins rauslassen dann sind da 10 mal 100 rausgekommen, aber ich brauch eine 1000er Münze, you know dann hab ich einfach 2000 mir nochmal rausgelassen und dann kamen 2000er Münzen raus Big Brain, so mach ich das auch immer, ich sag zu der Arbeit, yo, ich hätt gerne äh, Geld ja, das können wir dir nicht auszahlen, dann zahlt mir einfach doppelt so viel aus genau das macht doch Sinn funktioniert ja, klar ähm, funktioniert muss einfach bei der IG Metall sein, dann funktioniert das ja, ich brauch Geld echt cool, okay, hier, bitteschön äh, genau ich brauch mehr Geld, ja, okay, hier, bitteschön jetzt der Gewerkschaft beitreten und noch mehr Geld und noch mehr und noch mehr und noch mehr so, hab ich hier einen ähm was der Buffalo soldier ah, der Buffalo soldier ah fah forget what Nicht eigentlich komplett geistig, moralisch irgendwie verwerflich, oder? Mechanismen sind mysteriöse und komplexe sechs, sieben. Sölf, Drölf, Ralf, Ralf, Rolf. Ralf, Ralf. Radiant Lumium Lamp. Ist wichtig. Die Radiant Lumium Lamp. Wie kann man die nochmal färben? Mit dem Multimeter. Mit dem Multimeter, Radiant Lumium Lamp. Sarabian, Lumium Lamp. Jujuy, 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 Jujuy. Mit dem Multimeter. Jetzt kriege ich sie hier wieder raus. Da habe ich sogar einen. Soderlar. und jetzt hat la abfahrt schätze ich habe mich verletzt ich habe meine Daten ich habe ein Antivitis Antivitis ist nicht genug du brauchst Kfz Haftschutzversicherung Kodierung überlastet ziehen sie es in Betracht ihre Videoeinstellungen zu verringern oder eine schnellere Encode-Einstellung zu benutzen so, wo kommt der sketchy ATM-Machine jetzt sehen wir Buffalo Soldier ach hier dass man da schön beim Geldabheben überfahren wird das finde ich gut also genau hier einwandfrei so, wir müssen jetzt dringend schlafen jetzt jetzt sofort es ist keine Zeit um zu relaxen zu werden geh zu schlafen oder nicht geh so, ich gehe nicht ich gehe nicht ich muss noch meine Sackle holen meine Schlafsackle ok ich habe sogar noch eine Schlafsackle ich habe sogar noch eine Schlafsackle ich habe sogar noch eine Schlafsackle warte, dann kommt hier noch ein Parkplatz ne, mache ich nicht deine Aufgabe ist nicht mein Staatsgebiet ich wollte hier nur tanken gehen eigentlich ja, zeig mal was du da hinten jetzt wo hingesetzt hast A lot of ATM machines in all those sketchy places ah, was wie soll man da hinkommen yes was, der nächste den habe ich noch im Inventar ich habe mir noch nicht überlegt ja, aber wenn du jetzt hier hier machst du an Linker Nei und dann ich bin schreck ja, der zweite kommt natürlich in die Tankstelle nein ah, schön dir ist ja gar nicht aufgefallen dass ich hier das zugebaut habe was zugebaut deine Tankstelle verstehe ich nicht weiß nicht, wovon du redest okay dann mal jetzt die ATM Machine rein hier muss noch ein Kiosk und sowas das ist jetzt hier blöd, wir haben jetzt hier eine Folge verschwendet mit Botania ähm ach Quatsch muss meine Straße noch zu deinem Haus bauen äh, bald ich will die höchste von Städten ah du fährst auf einer r r r r ähm was wo soll die andere ATM Machine gehen? Ja, hab ich einen Platz für dich. Komm mal da raus, dann kommen wir zu mir. Und dann kommen wir hier runter. Na, perfekt. In der U-Bahn ist er schon. Das braucht, glaube ich, noch viel mehr Mana. Scheiße. Ich will drive home now. Scheiße, ich muss jetzt wirklich tanken und deine Tankstelle funktioniert schon wieder nicht. Ist normal. Damit musst du ja klarkommen. Fuel wird rationiert hier, heutzutage. Fuel gibt's genug, aber funktionierende tanken halt nicht. Probieren wir mal die Zapfsäule. 17 Coins. 41 der Liter. Das ist doch noch billig. Na, nun kostet's 2,40. Na, nee. Not enough power. Warum not enough power? Weiß ich nicht. Wird hier der Strom rationiert auch noch? Verstehe ich halt nicht. Die hat genug Strom. Mach ich hier mal ein. Ich will das mal angucken. Ah. Ah, wird Solar. Die speichert ja gar nichts zwischen. Ah, doch. Vor allem, warum hat die... Warum haben alle Strom außer das eine? Nicht. Die eine nicht. Zu der hinten rechts. Zu der hier. Der kostet's 2,40. Nee, geh mal zu der hier. Hier. Hier links die. Die hier. Not enough power. Ich hab hier aber schon bezahlt. Ich will mein Geld zurück. Feige süß. Ähm. Solche Dinge passieren. Damit muss man klarkommen. Ah, hier. 2,40. Jetzt haben wir halt 2,40. Ich will hier jetzt echt nur Botania anfangen, um den fucking Invisible Trunk zu kriegen. Nur in der Hoffnung, dass der mich davor schützen könnte. Alter, und hier... Ich werd hier abgezockt. Ach, Quatsch. Unerhört. Unfreudig. Unreudig ist das. Ach, Quatsch. Jetzt hab ich kein Geld mehr. Jetzt muss ich zur ATM-Maschine fahren. Ja, äh, ich glaub, das wird die Folge nichts mehr. Oder dieses Projekt nichts mehr. Oh, doch. Not enough power. Also. Ah, hier hinten funktioniert's. Die Zapfsäule sollte... Dieser Zapfsäule sollte funktionieren. Äh, die 2,70 Zapfsäule? Nee, die, wo nichts draufsteht. Ja, das ist die 2,70 Zapfsäule. Aha. Ich hab jetzt definitiv schon genug bezahlt. Ach, Quatsch. Okay, genug Zeit verschwendet. Sehen wir uns morgen wieder. Wenn das wieder heißt, wenn die technische Säure naht, naht sich am Ende der Nahrungskette entlang. Äh, das technische Säure-Ende naht, wollte ich sagen. Das Würstchen hat 2 Enden und technische Säure hat auch jetzt eins. Ähm... Was? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.